Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3162. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das hast du richtig verstanden. Und ich werde dir jetzt noch mehr Beispiele dazu geben. Das hast du richtig verstanden. Und ich werde dir jetzt noch mehr Beispiele dazu geben. Das hast du richtig verstanden. Und ich werde dir jetzt noch mehr Beispiele dazu geben. Ich kann Computer reparieren, aber manche Dinge funktionieren einfach nicht. Ich kann Computer reparieren, aber manche Dinge funktionieren einfach nicht. Ich kann Computer reparieren, aber manche Dinge funktionieren einfach nicht. Wir können keine weiteren Patienten mehr aufnehmen. Ich verliere den Überblick und bekomme Kopfschmerzen. Deine Schulter ist ganz heiß. Wir stellen uns allen Herausforderungen als Team und lösen alle Probleme gemeinsam. Das Hörvermögen ist nicht mehr optimal. Es ist Zeit für ein Hörgerät. Das Hörvermögen ist nicht mehr optimal. Das Hörvermögen ist nicht mehr optimal. Es ist Zeit für ein Hörgerät. Ich war bis spätabends im Büro und konnte das Problem am Rechner des Kunden lösen. Ich war bis spätabends im Büro und konnte das Problem am Rechner des Kunden lösen. Beginnen wir mit dem Essen, sonst wird das Gericht kalt. Beginnen wir mit dem Essen, sonst wird das Gericht kalt. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Hast du noch weitere Fragen zu diesem Thema oder haben wir jetzt alles besprochen, was du wissen wolltest? Hast du noch weitere Fragen zu diesem Thema oder haben wir jetzt alles besprochen, was du wissen wolltest? Hast du noch weitere Fragen zu diesem Thema oder haben wir jetzt alles besprochen, was du wissen wolltest? Ich studiere Architektur. Diese Woche entwerfe ich ein Einfamilienhaus. Ich muss noch ein weiteres Loch bohren. Ich muss noch ein weiteres Loch bohren. Ich muss noch ein weiteres Loch bohren. Bleib auf der Leiter und schau dir an, wie ich es mache. Auf dem Tisch unter der Uhr steht eine Vase mit drei roten Rosen. Auf dem Tisch unter der Uhr steht eine Vase mit drei roten Rosen. Ich habe einen Moment lang nicht aufgepasst. Jetzt ist ein Unfall passiert. Ich habe einen Moment lang nicht aufgepasst. Jetzt ist ein Unfall passiert. Als Anwalt recherchiere ich nicht nur im Internet, sondern brauche für meine Arbeit auch immer wieder Bücher. Die Lunge lässt Sauerstoff aus der Luft in den Körper gelangen. Die Lunge lässt Sauerstoff aus der Luft in den Körper gelangen. Die Lunge lässt Sauerstoff aus der Luft in den Körper gelangen. Die Friseurin schneidet die Haare hinten gerade ab. Das sieht besser aus. Beim Training auf dem Laufband werden viele Kalorien verbrannt. Beim Training auf dem Laufband werden viele Kalorien verbrannt. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Findest du das gut? Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Findest du das gut? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.